Ich übe jetzt mit der kleinen Übungspuppe, die ist 30 cm groß der Sonar Lifeguard scannt den Boden ab das heißt die Schwenkvorrichtung ist aktiv ich habe sie schon gesehen jetzt halte ich dann die Schwenkvorrichtung an jetzt wird der Roboter zu Wasser gelassen mit ihm wollen wir üben und euch zeigen, dass das mit wenig Übung auch möglich ist man braucht zwar ein bisschen länger der braucht ein paar Sekunden wahrscheinlich aber ich arbeite den Roboter noch nicht so lange aber man sieht eindeutig man sieht auch wirklich kleine Gegenstände die Puppe, die wird sie gleich sehen, wie klein das die ist die liegt in knappen 6 Meter Entfernung in 3 Meter Tiefe und der Sonar zeigt das Gerät an und natürlich auch die Puppe also schaut mal wie klein das die ist und das Wasser ist auch trug, wie man sieht es also ich habe den Roboter erst seit 2 Tagen und habe noch nicht so viel Zeit gehabt zum Üben wie man sieht also der wo geübt ist der ist ein bisschen schneller ich weiß nicht, ob ich sie greifen kann nein jetzt nein, immer noch nicht die ist wirklich klein die Puppe also die hat 30 cm nicht so weit nicht so weit ja ein bisschen mehr oben bleibt mir schon Objekt haben wir gefunden und schauen wir den Greif an jetzt brauchen wir es bloß rauszuziehen das passt dann auch schon und jetzt ziehe ich sie raus bis jetzt wir sehen uns über wir sehen uns aber wir sehen uns über Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, ich hab's jetzt besser angestellt. Hm, geht doch. Jetzt hab ich eh schon fast 30 geschoben. So, jetzt hol ihn er rauf. Da ist er schon. Das ist zum Übel echt praktisch. Bis nächstes geht's dann ab in den See. Oh, da zieht er sich wirklich allein. Jetzt sieht man, ob er da schon wieder rauf kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.